Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zurück auf Kick-Off zu einem neuen Video zu einer neuen Folge von 5 Transfers für und heute schauen wir auf RB Leipzig. Denn Leipzig erlebt hier unter Nagelsmann die Erfolgreichszeit des Klubs mit dem Erreichen des Halbfinals der Champions League, der Vizemeisterschaft wie auch dem Pokalfinal und nun ist das vorbei. Einen Titel gab es zwar nicht, aber man war auf einem wirklich sehr guten Weg dorthin. Dieser Weg könnte aber nur durch den Abgang von Nagelsmann zu dem Bayern. Er hat zumindest mal unterbrochen werden. Nachfolger ist Jesse March vom Schwesterklub Salzburg. Auch das ist natürlich nochmal ein Faktor für die Transferplanungen bei RB Leipzig. Es wird sich einiges ändern. Mehrere Schüsselspieler sind schon gegangen oder könnten noch gehen. Trotzdem hat man schon frühzeitig auch wieder junge Talente an Bord geholt und weitere Transfers müssen aber auf jeden Fall folgen. Und mit diesen 5 ist auch ohne Nagelsmann der Kampf um die Meisterschale durchaus drin. Beginnen! Tun wir mal kurz mit dem Tor. Da ist Gulaschi die Nummer 1, Martinez die Nummer 2, jetzt Schoen die Nummer 3. Wenn da keiner von geht, vor allem Gulaschi und Schoen das natürlich ganz klein geplant, wird sich daran auch nichts ändern. Somit gehen wir dorthin, wo es Veränderungen gibt und das ist in der Innenverteidigung. Dort waren in der letzten Saison Upe Meccano und Konaté zwei ganz, ganz feste Bestandte der Dreierkette. Beide gehen und spülen mit jeweils knapp 40 Millionen Euro in Summe 80 extrem viel Geld in die Kassen. March könnte wie auch bei Salzburg auf eine Viererkette setzen. Dafür stünden die aktuell mit Willy Orban sowie den beiden neuen Shima Khan und Gwadiol drei Numinale Zentrale zur Verfügung. Und mit Orban, mit Klosermann und Halstenberg zwei weitere Alternativen. Gesucht ist aber somit weiterhin ein Spiel, der zum einen Potenzial nach oben hat, aber auch schon eine gewisse Qualität, vielleicht auch bundeslige Erfahrung mitbringt. Und genau das ist Maxien Lacroix vom VfL Wolfsburg. Denn der wird auch aktuell bei RB gehandelt. Ein erstes Angebot von 20 Millionen Euro wurde aber wohl von den Wölfen erst einmal abgelehnt. Im Raum stehen ca. 30 Millionen Euro. Das wäre dann auch ein neuer Vereinsrekord für RB. Und der 1.20 hat da wirklich eine starke erste Saison gespielt in der Fußball-Bundesliga. Und das verwundert somit nicht, dass RB ihn auch auf dem Zettel hat. Und dann wären wir mit Orban, Lacroix, Gwadiol und Shima Khan wirklich auch super aufgestellt. Und das wäre dann schon eine wirklich tolle Innenverleidigung für die neue Saison. Rechts wie links hinten ist man aktuell top aufgestellt. Links mit Halstenberg, Angelino sowie den beiden Lairokerern, Candido und Saracci, die aber im besten Falle beide verkauft, endgültig werden sollen. Rechts mit Nornimo Kehle, Klosemann wie auch Henrichs, der nur noch festerflüchtet wurde. Somit ist man da aktuell gut aufgestellt und das kann sich eben ändern. Nämlich je nach System, Dreier- oder Viererkette, so wie auch bei möglichen Abgängen, sollte man, wie ich finde, nochmal nach dem Auge oder ein Auge aufmachen für einen neuen rechten Verteidiger. Denn Nornimo Kehle, er könnte Leipzig verlassen. Sollte das der Fall sein, wäre man bei einer Viererkette wirklich gut aufgestellt, Klosemann und Henrichs sind dort gute Möglichkeiten. Aber bei einer Dreierkette fehlt für mich dann ein offensiv starker rechter Verteidiger wie eben Nornimo Kehle. Bei dessen Abgang sollten dann die Verantwortlichen für mich auf jeden Fall mal bei Jadon Bogle anklopfen. Also, der 20-jährige Engländer spielt bei Premier League Absteiger Sheffield United und passt vom Spielertyp wirklich perfekt. Er ist 1,78 groß, bringt enormes Tempo mit, gute Zweikämpfe und starke Flanken. Also defensiv wie offensiv kann er RB jetzt schon helfen. Aber das Gesamtpaket würde auch einiges kosten. 10-20 Millionen Euro werden wohl notwendig sein. Natürlich ist aber auch generell die Frage, ob er überhaupt mit in die 2. Liga gehen würde in England. Wahrscheinlich eher nicht. Und sollte Mokiele gehen und man weiterhin flexibel aufgestellt sein wollen, ist Bogle der perfekte Kandidat. Im zentralen Mittelfeld könnten sich im Sommer die Hierarchien verschieben. Sabizas Vertrag Ende 2022. Viele Vereine sind an ihm dran. Ein Abgang ist durchaus wahrscheinlich. Das wäre der Abgang des Kapitäns. Von diesem Fall gehen wir hier auch aus. Und in dem Falle würden vor allem Konrad Leimer, glaube ich, noch mal mehr Qualitäten, mehr Führungshilten zugetraut werden. Und daneben hätten wir natürlich noch Tyler Adams, Amadou Adara sowie Kevin Kampel. Sprich 4 potenzielle Stammspieler für die Doppel 6. Als Ersatz für Sabizas wird dann sicherlich kein gestandener Profi benötigt. Das ist einfach ganz klar der Fall. Das kann man, finde ich, mit einem neuen Top-Talent lösen, was sich sicherlich auch erstmal noch an das Niveau gewöhnen muss. Und dieses Top-Talent soll Czarny Schurk-Womenka aus England sein. Der 17-Jährige steht aktuell bei Aston Vierner-Vertrag und konnte mit bislang zwei Einzelnen in der Premier League zumindest mal erste Liga-Luft schnappen. Nicht mehr, nicht weniger. Aber der U18-Nationalspieler Englands gilt als das neue Top-Talent im zentralen Mittelfeld. Er kann auch zentral von defensiv bis offensiv alles spielen. Und kurzfristig können er somit eine super Ergänzung sein. Natürlich wird er trotzdem auch ein bisschen was kosten. Einstück im Millionenbetrag sicherlich durchaus realistisch. Und mittelfristig kann er eben auch seine Top-Alternative werden. Und somit in der Breite den Sabitzer-Abgang, wenn es denn dazu kommt, wirklich gut auffangen. Gehen wir jetzt mal in die Offensive. Und dort gab es ja zuletzt eigentlich immer ein 3-4-3-System. Und da wurde immer mal wieder deutlich, da gibt es keine klassischen Flügelspieler im System von Nagelsmann. Hinter den Spitzen war es eher eine Mischung aus Außenmannspieler und Zehner-Position. Also die beiden Positionen hinter der Spitze-Pausen oder Surted, wie es ja meistens letztes Jahr der Fall war. Aber genau das kann sich unter March durchaus ändern. Klassische Flügelspieler sind gesucht. Mit Justin Kläubert hat man so jemanden unter Vertrag. Aber dessen Laie ist im Sommer erst einmal vorbei. Man hat eine Kaufoption, die wird aber wohl erst mal nicht gezogen. Möglicherweise wird er mal mit der AS Rom neu verhandelt. Sprich, ein Verbleib ist noch nicht ausgeschlossen. Ein neuer Rechtsaußen kann RB aber dann für Niach in der Niederlande finden. Denn dort steht Nodi Mardueke bei der Pace von Eindhoven und Trainer Roger Schmidt unter Vertrag. Der 19-jährige Flügelflitz hat mit sieben Toren und sechs Vorlagen eine starke Quote. Viele Top-Klubs aus Europa sind hinter ihm her. Und er besticht durch enormes Tempo, durch Spielwitz und könnte ihm wirklich dieser klassische Flügelspieler für RB werden. Mit enormem Potenzial nach oben. Und wenn RB dann eine Chance auf Mardueke hat, dann müssen sie diese Nutzung den jungen Mann nach Leipzig holen. Also, die Chance haben Mardueke, sollten sie nutzen, wenn es eine gibt. Nutzen konnte Sir Loth seine Chancen eher weniger. Ein neuer Knipser steht nämlich ganz oben auf dem Wunschdettel von Neu-Coach Jesse March. Yusuf Paulsen war mit elf Toren, webwerbsübergreifend, der beste RB-Torschütze. Das ist deutlich zu wenig. Also wenn man Meister werden will, braucht man auch, das fällt immer wieder auf. Wirklich ein Top-Torjäger, den hat RB aktuell einfach nicht. Mit Brian Broby wurde bereits ein Sturz-Talent geholt, was wirklich als Top-Talent gilt. Sogar Ablöser frei von Ajax Amsterdam. Er gilt als verspilleter Werner-Nachfolger und könnte den Weg freimachen für einen Abgang von Wann. Der kam letzten Sommer wirklich als ähnlicher Spielertyp gedacht als Timo Werner. Konnte aber nicht wirklich überzeugen. Vielleicht bleibt er aber doch, weil eben mit March sein ehemaliger Coach kommt. Also eine komplizierte Sache. Brian Broby ist auf jeden Fall schon mal da. Ja, das ist aber allesamt nicht der wirkliche Stürmertyp, den vielleicht auch March als alleinige Spitze oder als vorderste Freund in der Doppelspitze haben möchte. Denn auch generell kennen wir es ja, holt RB gerne Spieler von RB. Und genau das könnte nun auch mit Patson Darker passieren. Mit 27 Toren in 28 Spielen hat er gezeigt, was er kann in Österreich logischerweise. Und da ist dann aber auch logisch, dass Leipzig nicht der einzige Interessent ist. Vor allem Liverpool und Chelsea haben Interesse am Bock auf den Stürmer aus Zambia möglicherweise. Kann aber eben auch dann March das Zünglein an der Waage sein. Denn er kennt den jungen Herren logischerweise. Er hat ihn gefördert, er hat ihn zum Top-Stürmer in Österreich geformt. Unabhängig davon sind aber wohl 25 bis 30 Millionen Euro ungefähr nötig. Natürlich ist dabei die Frage, was hat es auf sich mit Leipzig, Salzburg, wie beeinflusst das die Verhandlungen? Trotzdem ungefähr, das ist wohl der Ablöse-Rahmen. Und wenn man Sirloat abgibt, per Verkauf, im besten Falle für das finanzielle Portemonnaie oder auch per Ausleihe und bereit ist, in Darker zu investieren, hat man endlich seinen super Knipser gefunden. Wir haben jetzt schon viel über Systeme gesprochen. 3-4-3, 4-4-2, 4-zu-3-1, 4er-Kette, 3er-Kette. Jetzt kommen wir nochmal dazu. Wie würde denn Leipzig jetzt auch zur neuen Saison mit neuem Coach und neuem System möglicherweise auch aussehen? Wir gehen hier von einigen Abgängen noch aus. Von Justin Kleubert, Saraci, Candido, Nordimo Kiele, Marcel Sabitzer, Lukman, Sirloat, wie auch Wang. Ob das alles so passiert, ist natürlich die andere Frage. Aber Fakt ist auch, RB besteht nochmal wieder dadurch, dass der Kader nicht so aufgebläht ist. Sprich, meine 5 Transfers müssten auch eigentlich erstmal alle die, die ich gerade genannt habe, gehen. Marz setzt in Leipzig, äh, in Salzburg, in Salzburg, in Leipzig noch nicht, in Salzburg eigentlich immer auf ein 4-4-2-System. Wahrscheinlich wird er das oder ein 4-2-3-1 zu Beginn auch in Leipzig ausprobieren. Sollte dies aber nicht funktionieren, wäre der Kader mir auch bewusst dafür aufgestellt, wieder auf die 3er-Kette umzustellen. Also da war auf jeden Fall kein Problem. Mit 4-2-3-1 sehe es dann erst einmal so aus. Im Tor hätten wir Peter Gulaschi als Nummer 1, Martinez als Nummer 2, daran würde sich nichts ändern. Dann aber die erste Änderung, eine 4-er-Kette. Und dort hat sicherlich Klosmer dann noch gute Chancen, rechts hinten gesetzt zu sein. Bogle hätten wir dann noch dahinter. In Verteidigung, Lacroix wäre sicherlich gesetzt. Neben ihm die große Frage, entweder der fahrene Orban, der wahrscheinlich zu Beginn die Nase vorn haben wird. Oder eben dann doch schon Talent wie Guardiol oder Chimacan. Links hinten offensiv mit Angelino, dahinter mit Halzenberg die defensive Lösung und Henrichs dann noch für beide Seiten als Backup. Die Doppel-6 traue ich dann Konrad Leimer, die endgültige Führungsstärke einfach zu, wenn Sabitzer gehen sollte. Daneben verschiedene Varianten mit Kampel als erfahrenen. Haidara, der sich noch etwas weiter entwickeln muss, wie auch Teiler Adams als er einen 6er. Auch da natürlich mal mit Jacques Vuelmecker, der Backup vom Backup hat in dem Falle. Offensiv hätte man da nahezu ein Luxusproblem und das wäre dann schon richtig, richtig stark. Olmo könnte vielleicht auf seine Position rücken, auf die alleinige 10. Mardueke würde über rechts kommen, über links womöglich Dominic Schowoschlei. Wenn er fit ist, er ist ja eigentlich auch wie ein gefühlter Notzugang im Winter schon gekommen, hat man ihn bewusst schon geholt, damit ihn sich keiner wegschrauben kann von auch eben RB Salzburg. Wer sich also auch den kennt, Jesse March, wird sicherlich eine gute Rolle spielen, wenn er fit ist. Wenn nicht, hat man auch dort direkt noch mit Emil Forsberg vor allem auch und mit Christopher Nkunku zwei Top-Alternativen. Olmo könnte auch Brobby ersetzen, der eben als Stürmer kommt, aber auch genauso gut hängende Spitze oder auch 10er spielen kann. Und im Sturm hätten wir dann den neuen Mann. Das ist Patson Daka, dahinter mit Josef Paulsen, die etwas schwimmenden Neuen, wie ich sie mal ganz gerne nenne, könnte auch in der Doppelspitze funktionieren. Also man sieht an diesen 11 Spielern plus den Backup-Varianten, mit diesen Leuten kannst du ein 4-4-2 spielen, wie hier ein 4-3-1, wir aber auch wieder ein 3-4-3 und genau das könnte auch der Vorteil sein für RB Leipzig. Ich finde Leipzigs neue Saison wird spannend, sprich neue Saison, neuer Trainer, neues System und Schlüsselspieler hat man verloren und wird man vielleicht sogar noch ein paar weitere verlieren. Nach wie vor, wenn man bei neuen Spielern ausschaut, noch vor allem auch jungen Top-Talenten, wodurch auch andere Spieler wie eben Leimer oder auch Klosermann immer mehr Verantwortung übernehmen werden, übernehmen sollen. Auch die eigene Talententwicklung, die ist nochmal mehr in den Fokus gerückt, denn dort ist noch zu wenig passiert. Einige Talente hat man jetzt etwas mehr verleihen können, Beispiel Kraus zu Nürnberg, das soll nochmal mehr gefördert werden, das soll nochmal mehr auch Ergebnisse bringen in den ersten Ligen. Deswegen, das ist nochmal so ein kleiner Faktor, der sicherlich eine Rolle spielen wird. Trotzdem hat man aber auch, finde ich, mit diesem Kader, den wir gerade nochmal gesehen haben, in der ersten Elf plus noch ein paar weitere Spieler, Chancen auf Titel. DFB-Pokal, Meisterschaft, vielleicht sogar die Champions League. Zumindest aber kann man mit diesen fünf Transfers, wenn man sie dann tätigt, um die Meisterschaft mitspielen und vor allen Dingen auch Bayern mit Nagelsmann ein bisschen ärgern. Ich bin gespannt auf Leipzigs neue Saison, eure Meinung interessiert mich auch. Wo lag ich falsch? Wo aber vielleicht nur richtig? Was sagt ihr zu meinen Transfervorschlägen? Schreibt eure auch gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns heute Abend wieder. EM-Live-Talk. Deutschland spielt. Deutschland beginnt auch mit ein paar Leipzigern. Also checkt dann gerne mal meine Livestreams ab zur EM. Wir haben aktuell eine gute Mischung aus fünf Transfers und natürlich logischerweise der EM. Sprich für alle Fußballfreunde ist was dabei. Wenn es euch gefällt, gerne ein Abo da lassen, gerne ein Like da lassen, da würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder bei den Livestreams und dann natürlich auch morgen und übermorgen wieder zu den nächsten Videos. In dem Sinne, macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.